Letzte Chance, ich sag's euch. Keiner will was sagen. Respekt. Alle zufrieden, so wie es ist. Hervorragend. Gut, dann. Alle Mann fertig machen. Ich hab schon alles gesagt. Ja, wunderbar. Legt an, in den Himmel. Sehr gute Zusammenarbeit heute. Dass wir uns auf jeden Fall behaupten konnten. Ein lustiges Line-Battle. Auf ein... Ja, lockeres Line-Battle. Auf das wir bei der 4 eh mal... 5 Runden gespielt haben. Nicht nur 4. Erik macht eine 4. Grundsätzlich nur 4. Auf das zweite Laiposan-Regiment. Feuer! Achtung, nicht nach links-Rechtsantreten. Und damit soll es gewesen sein, liebe Zuschauer. Heute zum Training und Slime-Battle zum Zwoller Air. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Lasst mir doch ein Wut bei Tops Meister, wenn es euch gefallen hat. Oh Gott, ich will sie wegrennen. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder. Ich mache jetzt eine kurze Stream-Pause von 15 bis 30 Minuten. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder mit dem anderen Game. Was es sein wird, das verrate ich noch nicht. Bis gleich. Tschüss.